Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder mal einen Prank. Der Hakan wird heute nämlich wieder reingelegt. Nicht nur von mir alleine, ich kriege diesmal reichlich Unterstützung von Gian. Er übernimmt diesmal den größten Part, also nimmt mir die ganze Arbeit und die ganze Aufregung ab. Hakan ist momentan noch in der Arbeit. Ich schwenke mal zur Uhr rüber. Es ist jetzt genau halb zehn. Und Hakan dürfte so einer halben Stunde nach Hause kommen. Und der Plan lautet folgendes. Dafür müsst ihr jetzt erstmal die Vorgeschichte kennen. Gian ist ja 18 geworden. Er hat mit seinem Führerschein schon begonnen. Hat den Schein aber noch nicht. Seinen Freund aber schon. Und die Cruisen auch regelmäßig zusammen rum. Und wir wollen jetzt Hakan reinlegen und sagen, dass Gian betrunken Auto gefahren ist. Und die Polizei ihn aufgehalten hat und mitgenommen hat. Da er 18 ist, müssen sie ja nicht mehr die Eltern benachrichtigen. Und der Kumpel wird Hakan anrufen und ihm das Ganze erzählen. Und Hakan ist so ein aufbrausender Mensch. Ich bin echt gespannt, wie er reagieren wird. Aber dafür müssen wir uns jetzt noch ein bisschen gedulden. Wir sind auch noch bei meiner Nachbarin eingeladen. Die hat heute nämlich Geburtstag. Wir werden jetzt nicht großartig viel machen, da es jetzt unter der Woche ist. Aber wir sind trotzdem dort eingeladen. auf ein Testchen Kaffee und Kuchen. Und das Ganze wird dann dort stattfinden. Ich versuche wirklich zu filmen. Aber es ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich kriege das hin. Und den Rest wird eh Gian übernehmen. Ich bin so dankbar. Also bleibt auf jeden Fall dran und seid gespannt. Ja Leute, wir sind jetzt im Auto mit Hassan. Wir machen es jetzt so. Hassan wird anrufen, wird sagen, ja Hakan habe Gian das Auto gefahren. Er hat meinen Schlüssel geklaut. Wir haben bei... Irgendwo haben wir gechillt. Der hat meinen Schlüssel geklaut, obwohl er nur pissen gehen wollte. Der hat auch getrunken und so. Ich bin schon angetrunken und jetzt hat mich gerade die Polizei angerufen. Ey nein, er hat mich angerufen. Ich soll sofort meinen Bruder anrufen, dass er mich abholen soll. Die ist das und meine Mutter darf nichts davon erfahren. Und yes. Jetzt wird der Gehops genommen. Jetzt wird es gedribbelt mit dem Hakan. Hallo Hakan abi. Ich bin Hassan. Ja. Ja. Hakan abi. Ich muss mich auch gerne holen. Hakan abi. Ja. Wir waren bei Franz mit Gian. Wir haben ein paar Bierchen und so getrunken. Der hat gesagt, dass er kurz pissen geht. Hat meinen Autoschlüssel mitgenommen. Ohne dass ich was davon mitbekommen habe. Der ist einfach rumgefahren. Polistur, du nicht kennst. Und er hat mich gerade angerufen. Er hat gemeint, ruf sofort meinen Bruder an. Ich kann es meiner Mutter nicht erzählen. Der soll sofort nach Gersdorfen kommen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Hakan abi. Ist der nicht mal ganz dicht im Kopf? Der hat einfach meinen Schlüssel genommen. Ich wusste nicht mal was davon Bescheid. Wo ist der jetzt? Der wurde anscheinend bei St. Emmeram dort angehalten. Der ist jetzt auf dem Revier in Gersdorfen. Ich bin gerade bei Franz. Wer ist Franz? Bei Franziskusschule, Hauptschule dort. Ich bin hier in Ordnung. Ja, du bist Bruder, ich bin hier in Ordnung. Und gerade hat mich halt Dian angerufen. Und dann habe ich halt direkt dich angerufen. Wir gehen gleich auch dorthin. Zum Polizeirevier. Geht der an sein Handy? Ich weiß nicht, Hakan abi. Eigentlich nicht. Also ich habe ihn dreimal angerufen. Wie hat der dich dann angerufen? Vom Polizei. Ich kann mal, der will in die Dian. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Hakan abi. Ernstlich. Was, wenn der jetzt bei der Polizei anruft? Halt, nein, ich kann mal. Ich habe das so hoch genommen. Oh mein Gott. Digga, du hast es wie der King gemacht. Alter. Ich habe das so hoch genommen. Oh mein Gott. Das ist ja fünfmal schlimmer, wie kommt der auf so einen Weg? Aber wie kommt der auf so einen Weg? Was geht mit dem in seinem Kopf vor? Er geht nicht los, er geht nicht los, er geht nicht los. Er geht nicht los. Das hat ja auch keiner hinbekommen. Von meinen Freunden hat das jemand hinbekommen. Der muss ja völlig durchgedreht sein. Was willst du jetzt machen? Wir können wieder gehen. Was? Du kannst doch nichts machen, er ist schon 18. Was ist denn? Der ist volljährig, was willst du machen? Er geht nicht los. Kannst du ihn überhaupt besuchen? Was? Was für besuchen werden wir wohl nicht verhaften? Ich habe Sinn. Ich kann dich aber rein. Nein, ich frage. Annen wir, annen wir, annen wir. Annen wir erst mal. Annen wir erst mal. Wo ist mein Ding? Wirklich? Wirklich? Der ist schon ganz tief. Der hat gerade sein Leben versorgt. Das ist ihm aber noch nie bewusst. Er hat auch noch einen Prank gemacht. Ich kann das ja gar nicht glauben, dass er das gemacht hat. Ich bin mal autisch. Ich kann das ja gar nicht glauben, dass er das echt nicht macht. Warte, Schatz. Ich bin gesp... Was hat hieß noch? Es war ein Prank! Alter, ich habe zwei Restmen geschluckt. Ich dachte... Ich habe schon deine Ader hier gesehen, wie sauer du geworden bist. Wenn ich im Regier angekomme, was dann passiert wird. Das ist auch ein Segen, der Frank hat. Den habe ich voll kassiert. Ich habe jetzt echt gedacht, er hat das gebracht, Alter. Wie hat sich das gemacht? Wann war das ein Prank? Wie hat sich das gemacht? Natürlich war das ein Prank. Alles wird Cian abgesprochen. Nein. Alter, ihr habt den Restmen schweißausbrüder gekriegt. Ich wusste nur nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll. Alter. Ruf ihn mal jetzt an. Das war für eine sehr gute Idee, Herr. Warte, ruf ihn von meiner Seite. Einerseits habe ich es nicht glauben können. Andererseits dachte ich mir, okay, jetzt spinnt er total. Jetzt brennst du ihn ab. Jetzt brennst du ihn zurück. Der kommt nicht voll zu dir. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Der kommt jetzt. Der rastet. Der ist voll ausgerastet. Er hat gesagt, wenn es ein Prank ist, dann rastet er noch mehr aus. Hä? Cian. Hä? Der ist voll ausgeflippt. Der ist rausgerannt. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Der ist jetzt schon weggefahren. 10 Minuten. Scheiße. Na, Cian. Bist du denn losgefahren? Ja. Aber stink so. Sorge, wir wollen die Polizei nicht gefahren. Alter. Der war so stark so. Cian, hau ab. Wie schwer schlägt dich. Alter, der hat das so gut gemacht. Ja. Nein, Spaß. Er ist noch hier. Aber der war echt voll sauer. Ich schwert habe ihn nicht und dann habe ich ihn aufgehalten. Ich so, nein, das war so ein Prank. Ah, nee. Der war voll echt gut der Prank, gell? Muss man schon sagen. Sag mal, Hasan, wie gut hat er das rübergebracht? Der hat das echt gut rübergebracht, Alter. Ich wusste gar nicht mehr, ob du jetzt wirklich so behindert bist. Ich konnte es gar nicht glauben im ersten Moment, dass du so behindert sein kannst, Sian. Also wirklich, Alter. Du bist ausgedrippelt, Mann. Ja, Mann. Jetzt wurde ich echt ausgedrippelt. Hade. Hade. Viel Spaß. Hade. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, wir sind jetzt mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Und ich würde sagen, der Prank ist einfach nur einwandfrei gelungen. So geil. Ich habe schon gesehen, wie Harkans Ada hier rausgekommen ist. Die kommt immer zum Vorschein, wenn er sauer wird. Und er hat auch richtig geglaubt. Es wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, wenn Gian am Telefon gewesen wäre, weil dann wäre er richtig ausgerastet. Das war ja jetzt nur Jians Kumpel, da konnte Hakan ja nicht viel sagen. Aber trotzdem fand ich es richtig geil, wie er es geglaubt hat. Ich hoffe, ihr fandet das genauso geil wie ich. Wenn ja, dann lasst uns auf jeden Fall ein paar Daumen da. Und für alle, die neu auf unserem Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.